Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Dead by Daylight und heute überleben wir mal wieder. Diesmal ist der Fexer, der geheime Killer. 16-Bit-Mascha mit einem Start und Mr. Sick und wir versuchen, den Killer mal eins auszuwischen. Jetzt sieht man auch mal, wie man gewinnen kann. Ich bin mal gespannt, wie der Fexer sich anstellt. Fexer, wie oft hast du schon Killer gespielt? Drei Mal? Zwei Mal. Sind wir schon mitten in der Aufnahme? Einmal in der Aufnahme, ja. Ah ne, ich war die Frage, ob wir jetzt gerade mitten in deiner Aufnahme sind. Ja, ja. Achso. Ich hab gerade was zu trinken geholt. Achso, das kannst du machen. Aber du hättest wenigstens mal bereit klicken können, dann hätten wir schon mal ein Ladescreen hinter uns gehabt. Hallo. Hi. Grüß dich. So. Los geht's. Schon cool. So, Schlüssel und Blume. Ja, ne Schlüsselblume. Mhm. Schulz. Jetzt Kanzlerkandidat. Hexer, jetzt hättest du genug Zeit über ein anderes Spiel zu reden. Nö, jetzt will ich nicht mehr. Jetzt ist der Apfel gelutscht. Der Drops, nicht der Apfel. Sorry. Was ist denn da los? Sag mal. Und los hier. Oh no. Ladescreen ist totes. Ladescreen, jetzt geht's los. Oh mein Gott. Kramatte richten. Und los geht's. Thompson-Haus. Heißer, diese Farben. Oh, er ist der Feinsteller. Hä? Hast du gesehen? Wie schnell ging das denn? Ne, aber vor mir lag ne Falle. Achso. Ah. Einsteig nimmt einen zu den Überraschungs-Effekt raus. Warum? Ja, weil man die Falle halt schon gesehen hat. Weil du die siehst, weil sie da liegen. Ja. Ne, alles Gute ist nicht ein. Die liegen überall, ja. Ja. Und diese, wenn du dieser Kino bist, da kommt immer so diese... Hei, verdammt! Wie komisch Techno-Techno-Musik die Hände aufkommt, als... Echt? Kommt mit Techno-Techno-Musik? Als würd's, als würd's, als würd's, als würd's, als würd's vor einem Klub stehen oder so. Klub-Schwein. Denkst du, ich seh dich nicht, oder was? Denkst du, ich seh dich nicht? Ach, er hat dich nicht gesehen, oder jemand anderes? Geil. Hahaha. Verdammt! Ohohohoho. Ohohoho. Was geht? Haha, hohoho. Hilfe. Hilfe. Huss! Nein! Und der geht ja zurück. Was war's? Falsche Kante. So, mein kleiner Riggi. Nein! Hat er schlecht gekriegt? Juh. Oh, du siehst so hässlich aus, Junge. Das passiert, wenn du zu viel Klerasil im Sticker hast. Was, Klerasil? Ich dachte, es ist nicht bei Christian Map oder so. Du darfst das Klerasil nicht anzünden, nachdem du dich eingerieben hast. Ach ja, jetzt. Das war es unter Freude. Ich bin noch mal so ein bisschen am Abhängen. Ich habe dich nämlich oft gesehen. Aber weiter weg habe ich dich gesehen. Du bist genau an mir vorbeigelaufen, als du ihn gesehen hast. Ja? Ich stand da zwischen Stein und Baum, übelst offensichtlich. Du bist aber an mir eiskalt vorbeigelaufen. Du warst nur einer dieser Steine. Weißen, Rick ist schon da repariert. Gut, dass er einen Midi-Koffer gefunden hat. Mhm. Sonst stöhne ich die ganze Zeit so, weißt du? Mhm. Okay. Liebe diese Stille in diesem Spiel. Oh ja. Also was seid ihr denn? Weg. Willst du doch bloß einfach nur auf den Haken hängen und sterben lassen? Elendlich ausbluten. Ja eben. Was ist denn das Problem? Ich dachte, du bist so ein bisschen weiter weg. Oh dieses. Wah! Ich weiß, jetzt habe ich schon seine Augen verloren. Wenn er seine blöde Maräte abgewischt hat. Ich weiß, ich weiß, dass er sich in diesem Spiel verletzt hat, dass er sich in diesem Spiel verletzt hat. Come on, oh man Wo seid ihr, Kinder? Weg Bei Mami Ich glaube, in der Richtung ist er, ne? Ja Ja Hier ist er Alter Was los? Das ist so wie Das ist einfach Wenn man keinen findet, ne? Das ist scheiße Kommt Nein Du ein Mählgrad gehabt, Alter Da ist dieses Brett noch runter geschubst, heißt Na? Oh, f*** die Kacke! Exo, du hast mich grad eben nicht gesehen? Nein. Ok. Verrüm ich nicht. Nö, ich war... Naja. Alles gut, alles gut. Scheiße. Das sagt man nicht. Was macht man? Einer ist offen. Na wartet ihr. So. Der Rick sagt ja gar nicht mehr. Ja, ja. Voll konzentriert. Mach schau, wie schaut es bei dir aus? Äh... Momentan? Sag ich nochmal, kommt. Rick kommt zu uns. Seid ihr am Ausgang? Ja, wir sind raus, wir mussten jetzt. Ah... Holy f*** Fexer. Oh man! Ey, also bei der einen Situation, wo du... Wo ich das Glück hatte durchzukommen, ne? Mhm. War ich die ganze Zeit doch... Also sind wir beide gleichzeitig um den Heuback rumgelaufen. Ja. Und ich dachte bei dem einen... Ja, hast du mich gesehen, wenn du mich von dem Weg so abgeschnitten hast? Nee. Und ich dachte mir so... Ah, f***! Aber... Aber es ist krass, ne Fexer, wie wenig man das sieht. Ja. Es ist echt... Es ist echt hart so. Es ist echt hart. Ja, gut. Dann bis zur nächsten Folge. Dead by Daylight. Es wird irgendwie immer ruhiger gerade, kann das sein? Ja, ja. Es ist schon spät. Es ist spät und das Spiel ist äh... anstrengend. Man kann halt nicht so viel reden, man kann sich nicht mehr. Ja, ja, ja. Deswegen... Schusen! Schusen! Tausend! Tschüss!